Hi, ich bin Dr. Bene, Umweltwissenschaftler. Ein paar besorgte Zuschauer von meinem Kanal haben mich angemeldet und aufgefordert, mir die letzte Sendung von Maischberger anzusehen. Da war nämlich Peter Wohlleben zu Gast und der hat wieder einige ganz steile Thesen in den Raum gestellt. Ich möchte daher tatsächlich jetzt, eigentlich wollte ich das nicht, wollte ich mir das gar nicht angucken, aber ich habe das Video transkribiert, damit ich da zitieren kann und werde es jetzt nach und nach durchgehen und damit das für euch nicht so langweilig ist, werde ich mir die GoPro jetzt auf den Kopf schnallen und wir joggen mal Richtung Wald hier im Gebiet von Göttingen. Los geht's! Das Video von Maischberger Wohlleben und Meteorologe Plöger ist auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau veröffentlicht. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung. Als erstes ist daran total interessant, dass die Kommentarfunktion abgeschaltet wurde. Normalerweise darf auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau kommentiert werden. Das lässt also schon mal tief blicken. In der gesamten Sendung kommt Peter Wohlleben im Vergleich mit dem Meteorologe Plöger relativ wenig zu Wort. Plöger hat sich phasenweise so richtig in einen Rausch geredet. Ich greife mir jetzt hier nur die Blöcke raus, in denen Peter Wohlleben zu Wort kommt. Frau Maischberger möchte Wohlleben das Wort übergeben und leitet wie folgt ein. Es geht ums Gebäude Energiegesetz. Jetzt wurden auch die Pellet-Heizungen nochmal in das Gesetz hineingeschrieben. Technologieoffenheit. Das war der Wunsch der FDP. Jetzt wird das eben auch zum Teil gefördert. Halten Sie das für einen guten Weg als jemand, der zwischen Bäumen steht? So, Maischbergers Info über das Gebäude Energiegesetz hat sie offenbar nur vom Hörensagen. Heizungen inklusive Pellets waren immer auch Teil des Gebäude Energiegesetzes, auch im Entwurf. Nur sollten Sie eben in dem ersten Entwurf nicht in Neubauten als erneuerbar zählen, wohl aber in Altbauten. Ich habe darüber auf meinem Kanal schon ausführlich berichtet. Das wäre meiner Meinung nach im Verfassungsgericht wahrscheinlich sowieso gekippt worden, da eine Begründung komplett fehlt und vorne im Gebäude Energiegesetz in einem Paragrafen Biomasse ganz klar als erneuerbar definiert ist. Also das wäre eine Ungleichbehandlung, wenn man das bei Neubauten rausgenommen hätte. Peter Wohlleben übernimmt dankend das Wort. Zitat. Natürlich nicht. Zum einen ist es eine Verkürzung. Wälder haben eine ganz andere Klimafunktion. Das hat übrigens schon Alexander von Humboldt erkannt, dass intakte Wälder die Umwelt massiv herunterkühlen. Wir wissen das heute durch Satellitendaten, dass im Vergleich zu einer Stadt wie Berlin oder Köln alte intakte Wälder im Schnitt im Sommer 15 Grad kühler sind. 15 Grad. Ja, warum nennt Peter Wohlleben jetzt hier den Naturforscher Alexander von Humboldt? Ich denke, er will sich gedanklich mit ihm in Beziehung setzen und führt deshalb dann auch gleich die Satellitendaten an, die ihn quasi als modernen Wissenschaftler dann dastehen lassen. Aber es ist ja völlig klar, dass im Schatten die Temperatur deutlich niedriger ist als in der Sonne. Und es ist völlig unbeschritten, dass im Wald die Temperatur niedriger ist als in einer Stadt, wo viel Beton verbaut ist. Da ist natürlich jeder natürlich. Oh toll, Peter Wohlleben hat was erkannt. Das habe ich auch erkannt. Also hätte es anstatt von 40 Grad in Berlin maximal 25 Grad. Gleichzeitig helfen die Wälder dabei, Regenwolken zu erzeugen und wir reduzieren die auf einen Brennstoff. Das ist das eine. Also zum Ersten, wenn in Berlin ein alter Wald wäre, dann hätte es da vielleicht wirklich nur 25 Grad. Aber dann wäre da eben nicht Berlin, sondern ein alter Wald. Und deshalb ist es hier meiner Meinung nach ganz schön irreführend, so eine Aussage, dass man quasi mit dem Wald anstatt Berlin nur 25 Grad hätte, anstatt 40. Das ergibt natürlich so auf die Schnelle, denkt man super, aber in Wirklichkeit gibt es überhaupt keinen Sinn. Und dass wir alle jetzt den Wald auf einen Brennstofflieferanten reduzieren, das empfinde ich persönlich wirklich als eine böswillige Unterstellung. Also ich blende euch hier mal eine Grafik ein von der Fachagentur nachwachsenden Rohstoffe. Und hier sind 25 verschiedene Waldfunktionen, Ökosystemdienstleistungen des Waldes aufgelistet. Und ich denke, jeder von uns könnte so aus dem Stand mindestens 10 davon nennen. Als Basisleistung zum Beispiel hier Photosynthese, Sauerstoffproduktion, Kohlenstoffspeicher, Biomasse, Holzvorrat, Biodiversität, Bodenbildung, Kohlenstoffspeicher, Waldboden. Als Versorgungsleistung natürlich der Holzwuchs, die stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe und eben als Einteil auch Energieholz natürlich auch. Pilze und Beeren, Wildfleisch, Trinkwasserschutzgebiet. Als Regulationsleistung können wir nennen Luftfilter, Klimaschutz, Wasserfilter, Bodenschutz, Biotopfläche und Totholz. Natürlich gehört es dazu, das verneint ja niemand. Und auch natürlich auch kulturelle Leistung, Arbeitsplätze, Forschung und Bildung, Wirtschaft, Tourismus, Gesundheit und Erholung und er dient auch der Bestattung. Also ich empfinde es tatsächlich als eine große Frechheit zu behaupten, wir Deutschen würden den Wald nur noch als Brennstofflieferanten sehen. Das ist einfach falsch. Es geht weiter mit Zitat Wohlleben und Wissenschaft mit Ausnahme der Forst- und Holzwirtschaft ist sich einig, dass das der dreckigste Brennstoff überhaupt ist. Also diese Behauptung ist, das kann man so überhaupt nicht im Raum stehen lassen. Ich arbeite seit 2005 als Geowissenschaftler mit der Vertiefung Umwelt und Schwerpunkt auf Bioenergie und Nachhaltigkeit in diesem Bereich. Und ich habe in all den Jahren auf keiner Tagung, keinem Symposium und auch bei keinem einzigen Fachvortrag erlebt, dass Holz und Pellets als der dreckigste Brennstoff überhaupt bezeichnet wurde. Gerade wenn man nicht nur Feinstaub, sondern auch die Entstehung, Förderung und Produktverarbeitung sowie CO2, Stickoxide und Methan mitdenkt, dann steht Holz einfach erheblich besser da als die fossilen Brennstoffe Öl, Gas und Kohle. Ich vermute, dass Herr Wohlleben den Rahmen für sich bei dieser Aussage so engstirnig gesetzt hat, dass es somit auch eben in sein Konzept passt. Außerdem stellt er hier die komplette Forstwirtschaft, Forstwissenschaft und Holzwirtschaft als Lügner pauschal hin. Wenn das nicht Lobbyarbeit pur von Wohlleben für die fossilen Energieträger ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Frau Maischberger fragt ganz zaghaft nach, wie das Holz ist dreckiger als Öl oder Gas? Und Peter Wohlleben macht dann weiter. Zitat, dass zum Beispiel die Feinstaubemissionen sind mindestens so hoch wie vom gesamten Straßenverkehr. So, und das möchte ich mit meinem Wissensstand jetzt als blanke Lüge deklarieren. Die rezenteste Publikation vom Umweltbundesamt, die ich finden konnte, ist aus 2016 und bezieht sich auf 2015. Ich blende sie euch hier ein. Wir sehen, dass die Holzverbrennung deutlich unter dem Verkehr liegt. Und das, obwohl erst 2015 der Dieselskandal öffentlich wurde und die Werte für den Verkehr hier sicher noch viel zu gering eingesetzt wurden. In den neueren Publikationen, die ich finden konnte, ist die Holzverbrennung leider nicht mehr separat ausgewiesen. Hier sind nur die menschengemachten Feinstaubquellen aufgezeigt. Es gibt daneben auch noch natürliche Quellen wie Bodenerosion, Pollen und Bakterien. Falls jemand neue Daten hat, möge er sie mir gerne zuschicken. Lügt Wohlleben hier bewusst? Warum tut er das? Weiter, Zitat Wohlleben. Der CO2-Ausstoß beim Verbrennen ist deutlich höher als bei Öl und Gas. Das heißt, wir heizen das Klima damit an. Ganz massiv. Diese Aussage finde ich sehr schwierig und ich habe da vor wenigen Wochen erst ein Video drüber gemacht. Der CO2-Ausstoß bezogen auf die Kilowattstunde Wärme, die wir rauskriegen, ist, wenn man von einer Komplettrodung des Waldes ohne Neuanpflanzung ausgeht, tatsächlich bei einem Stück Holz höher als gegenüber Gas oder Kohle. Sobald man aber eine normal in Deutschland übliche Forstwirtschaft zugrunde legt, sind die CO2-Emissionen von einem Holzkessel erheblich niedriger gegenüber Gas und Öl. Auch nach den aktuellen Daten von Umweltbundesamt. Darüber kann ich gerne auch nochmal ein Video machen. Weiter, Zitat Wohlleben. Und was noch merkwürdiger ist, die Forstwirtschaft, die das jetzt forciert über ihre Lobbyorganisation. Die bringt uns letztendlich in eine Katastrophe, weil sie über Jahrzehnte mit nicht heimischen Nadelbaumarten gewirtschaftet hat. Also zum einen werden hier wieder die Förster komplett generell verteufelt. Und ich sehe diese zwei Sätze auch in verschiedenen Punkten sehr kritisch. Wohlleben wünscht sich eine Nichtnutzung des Waldes. Und gerade das würde aus Sicht eines Wissenschaftlers uns in eine wirkliche Klimakatastrophe führen. Ein nicht genutzter Wald wird von einer CO2-Senke innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem CO2-Ausstoßer und spielt sich dann bei einer Nullnummer für Treibhausgase ein. Nur die Nutzung des Waldes eröffnet uns die Möglichkeit, in Holzprodukten Kohlenstoff aus atmosphärischem CO2 dauerhaft festzusetzen. Und die Brennholznutzung des Sortimentes, was für die Sägewerke zu schlecht ist und dort abfällt, kann eben fossiles CO2 aus Gas, Öl und Kohle klimaneutral ersetzen. Wenn wir unsere deutschen Wälder nicht mehr nutzen würden, dann würden wir noch massiver als jetzt schon negative direkte und indirekte Landnutzungsänderungen im Ausland anstoßen. Oder will Wohlleben die Holzprodukte durch Kunststoffprodukte auf Erdölbasis ersetzen? Ich halte die Nichtnutzung des Waldes für eine wirklich sehr schlechte Idee. Weiter Zitat Peter Wohlleben. Auf dem größten Teil der Fläche, also Fichte und Kiefer, größtenteils nicht heimisch, bilden den größten Teil unserer Wälder und sterben jetzt großflächig ab, und zwar innerhalb der nächsten zehn Jahre, die selbst das konservative Thünen-Institut mittlerweile konstatiert, zumindest für die Fichte. Das heißt, in zehn Jahren haben wir gar keinen Brennstoff mehr oder ganz, ganz wenig. Wir erleben das ja in Kanada, wir erleben das in Schweden, wir erleben das in Sibirien. Das ist ja überall auf der Nordhalbkugel dasselbe. Ja, für Peter Wohlleben ist es überall dasselbe. Ganz einfach. Weiter Zitat. Das heißt, das muss ich jetzt sagen, das Gebäudeenergiegesetz, ja, das ist so ähnlich wie mit den Wasserstoffgasheizungen, die auch nie kommen wird. Die Leute, die jetzt eine Pelletheizung einbauen, tragen was zum Klimawandel bei und haben in fünf bis zehn Jahren kaum noch die Möglichkeit, Brennstoff einzukaufen. Und gleichzeitig haben wir draußen die größten Kahlschläge aller Zeiten in Deutschland. Also unglaublich. Dagegen ist Kanada mittlerweile fast schon harmlos. Und auf diesen Flächen wird es heiß. Gerade diese Aussage, dass es in fünf bis zehn Jahren keine Pellets mehr in Deutschland gibt, die ist natürlich echt, wenn man da ein bisschen, ein bisschen Ahnung hat, völlig schwachsinnig. Kahlschlag gibt es in Deutschland natürlich auf Kalamitätsflächen, also auf Windfuhrflächen oder Borkenkäferflächen. Und natürlich ist es blöd, wenn gleich alte Fichten da stehen. Der Waldumbau ist aber im vollen Gange, kann aber nicht innerhalb von zwei, drei Jahren passieren. Aber ich habe Förster besucht. Ihr habt das vielleicht auch in meinen Videos gesehen, die wirklich hart dafür arbeiten, den Wald klimawandelresilient umzubauen mit einer unterschiedlichen Altersstruktur und mit einer Mischung aus verschiedenen Baumarten, die in 50 Jahren dann hoffentlich bei wärmeren Temperaturen auch noch funktionieren. Der Wald wird also gerade massiv von Monokulturen in Richtung Mischkulturen und auch mit unterschiedlichen Altersstrukturen umgebaut. Die Förster denken und planen wirklich sehr langfristig und pflanzen jetzt quasi für unsere Enkelkinder an. Sofort alle Fichten und Kiefern umzuholzen, macht doch auch überhaupt keinen Sinn. Die, die aber tot sind oder vom Wind umgeworfen oder vom Borkenkäfer befallen sind, sollte man doch entnehmen dürfen und verwerten. Und ich glaube, das macht sogar Wohlleben in seiner Waldakademie mit seinem eigenen Wald auch. Und die Aussage, in 10 Jahren wird es keine Pellets mehr zu verkaufen geben, ist totaler Schwachsinn. Nur ca. 5% der Zentralheizungen in Deutschland sind Holzheizungen inklusive Scheitholz und Pellets. Pellets werden hauptsächlich aus Sägeresten aus dem Sägewerk hergestellt. Ein Produkt, das früher Abfall war. Ein Baumstamm ist nun mal rund im Querschnitt und Bretter sind aber eckig. Solange Holzprodukte hergestellt werden, wird es auch immer Sägereste geben. Auch gibt es einige Baumstämme, die für das Sägewerk einfach ungeeignet sind, krumm verwachsen, mit Astgabelungen oder durch Krankheiten beschädigt. Dieses Holz sowie Holz aus Durchforstungsmaßnahmen sollten unbedingt fossiles CO2 aus Gas und Öl ersetzen dürfen, eben in Form von Pellets und Scheitholz. Weiter Zitat Wohlleben. Es wird lokal trocken, es wird heiß, also die Forstwirtschaft dreht der Bevölkerung das Thermostat kräftig hoch. Keiner sagt was, so ungefähr, und wir versuchen es im wahrsten Sinne des Wortes über Heizungen weiter anzuheizen. Ich persönlich denke jedes Mal, viel verrückter kann es nicht mehr kommen. Oh mein Gott, dieser Satz ist wirklich äußerst brisant. Ich denke zwar nicht, dass Wohlleben den stattfindenden, menschengemachten Klimawandel abstreitet, aber mit diesen Sätzen stellt er es wirklich so dar, als wenn die Forstwirtschaft an der Erwärmung und Trockenheit schuld wäre und nicht der Klimawandel. Es wäre natürlich schön einfach, wenn wir einen Schuldigen für die Trockenheit und Dürre an den Pranger stellen könnten. Das wäre aus meiner Sicht aber sicher nicht die Forstwirtschaft, sondern eher Saudi Aramco, ExxonMobil, Chevron, Reliance Industries, Royal Dutch Shell, PetroShina, BP, Total oder nicht zuletzt auch Gazprom. Ich glaube mittlerweile sogar, dass diese Firmen einiges an Geld springen lassen an Personen, die bereit sind in Social Media und Talkshows und Reportagen Zweifel und Zwietracht gegenüber den erneuerbaren Alternativen zu Öl und Gas sowie Kohle zu sehen. Mehr als Zwietracht braucht es leider nicht, um notwendige politische Mehrheiten für nachhaltig wichtige Entscheidungen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verzögern. So lange kann dann eben weiter Öl, Gas und Kohle gefördert und auch verkauft werden. Schönen Dank auch an Peter Wohlleben, weil es zufällig irgendjemand wie Herr Wohlleben seine Waldakademie und sein Wohnhaus heizt. Danach kam wieder ein ganzer Blog mit Herrn Plöger und dann wurden katastrophale Bilder aus dem Harz gezeigt mit zerstörten und toten Bäumen, die am Boden liegen. Und Frau Maischböger fragt, was können Sie uns über den Harz und diese Bilder sagen, Herr Wohlleben? Zitat Wohlleben Der Vergleich des Nationalparkes Harz mit einem Maisfeld, was man hypothetisch unter Schutz stellt, hat mir aber wirklich jetzt hier völlig den Rest gegeben. Wohlleben vermutete, dass der Mais schon im nächsten Winter erfrieren würde oder vielleicht sogar schon im Herbst absterben würde. Ja, wie lächerlich ist das bitte? Mais ist eine einjährige Pflanze, die stirbt immer im Herbst ab und geht im Winter kaputt. Hat Wohlleben noch niemals gegärtnert? Tomaten, Gurken, Kürbis, Kartoffeln, Mais, das kann man alles schön selbst anpflanzen. Das sind einjährige Kulturen. Ich bin tatsächlich wirklich jetzt schwer erschüttert, dass Herr Wohlleben sich dessen beim Mais nicht bewusst ist. Also schade eigentlich. Ja, ich bemühe mich hier ohne irgendein Sponsoring am Freitag und Samstag, das hier jetzt zusammenzustellen. Und ja, es geht quasi weiter in dem Motto. Einmal behauptet Peter Wohlleben noch, Laubwald würde nicht brennen. Ob das so ganz stimmt, bin ich mir ja nicht so sicher. Und dann behauptet er, dass es diesen Zyklus von Borkenkäfer und Feuerstürmen schon seit 1860 regelmäßig gibt. Aber ich bin mir sicher, dass das in diesem Ausmaß, wie wir es seit 2018 sehen, an Heftigkeit unerreicht ist in der Vergangenheit. Weiter Zitat Wohlleben. Man hätte daraus lernen können. Übrigens, das haben wir gerade gesehen. Da wurde schon im 19. Jahrhundert vor zu viel Fichte gewarnt. Also das heißt, man wusste das alles. Man hat noch in den 2010er Jahren vor einer Verbuchung der Bestände gewarnt, weil die Forstwirtschaft unbedingt auf der Nadelholzdroge bleiben wollte. Und jetzt haben wir den Salat. Und alle sagen, hups, das ist der Klimawandel. Nein, der Klimawandel verschärft die Probleme. Aber die sind hausgemacht. Okay, er leugnet also den Klimawandel nicht. Ja, er sieht aber irgendwie nicht, dass die Buche mittlerweile auch schon riesige Probleme hat. Also es gibt diesen Schleimfluss bei Buche und ich habe das Gefühl, Peter Wohlleben ist quasi jetzt übersetzt ein Rassist gegen jegliches Nadelholz und will quasi die Buche pushen als den Baum schlechthin. Aber ich glaube, er verkennt, dass wir, wenn wir in den nächsten 70 Jahren hier in Deutschland auch plus drei oder vier Grad mehr haben und mehr Trockenheit im Sommer, dass dann die Buche eben auch nicht mehr funktionieren wird. Und er ätzt natürlich wieder hier weiter massiv gegen sämtliche Förster. Und sicher hat im 19. Jahrhundert irgendwer schon mal vor zu viel Fichte gewarnt. Genauso gut könnte ich jetzt aber auch folgende Geschichte erzählen. Als ich noch ein kleiner höchsteraner Junge war, habe ich bei den letzten verbliebenen Linden, bei den 13 Linden Kultstädte beim Kloster Korwei, einen alten, weisen Mann getroffen. Die Mönche hatten übrigens vor 1200 Jahren sich nicht getraut, auch die letzte der 13 Linden zu fällen. Der seltsame Mann warnte mich damals vor einem konvertierten Förster, der als Buchautor weltberühmt werden sollte und dann circa im Jahr 2025 Menschenrechte für Bäume einfordern würde und damit einer populistischen neuen Partei zur Macht verhelfen sollte. Der Mann war lediglich mit einer bunten Basehose bekleidet, hatte zottelige weiße Haare und nannte sich James. Ich glaube, der war bekifft. Von dieser Geschichte ist höchstens die Hälfte wahr. Welche Hälfte, könnt ihr euch jetzt gerne selber aussuchen. Frau Maischberger fragt dann noch, was schlimmer für den Wald ist. Die Hitze oder die Dürre? Und Herr Wohlleben sagt, Zitat, es ist beide schlimm und deswegen schafft Wald das ab. Das ist das Coole am Wald. Wald kann das ändern. Wald kann Wetter ändern, wenn man ihn lässt. Also ein heimischer Laubwald macht es kühler. Ein heimischer Laubwald sorgt für mehr Niederschläge, indem zum Beispiel eine ausgewachsene Buche pro Sekunde bis zu 200.000 Bakterien in die Luft entlässt als Konzentrationskeime. Da passieren ganz wunderbare Dinge. Also, das ist natürlich ein wirklich ganz tolles Heilsversprechen. Ein heiler Laubwald schafft selbst Hitze und Dürre für sich ab. Er macht es kühler und sorgt selbst für Niederschlag, indem jede Buche pro Sekunde wirklich 200.000 Bakterien jede Sekunde als Regenkeime in die Luft ablässt. Da müsste es ja innerhalb weniger Stunden über jeden Baum und Waldstock dunkel werden, weil die Luft mit Bakterien gesättigt ist. Also, Heilsversprechen, die zu schön sind, um wahr zu sein, sind dann eben eigentlich auch zu schön, um wirklich wahr zu sein. Und Bakterien liegen mit ihrer Größe übrigens auch genau in der Kategorie Feinstaub. Weiter Zitat Wohlleben. Und Mensch macht zum Beispiel in Brandenburg oder auch Niedersachsen eine Kiefernplantage daraus. Und dann kommt dieser Prozess nicht zum Erliegen, aber doch zu einer deutlich geringeren, zu einem deutlich geringeren Niveau. Und wir wissen aus Mecklenburg-Vorpommern, dass unter Kiefern aktuell der Grundwasserspiegel fällt und unter Buche steigt. Oh, Wunder! Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Laufwälder sind ja nicht doof. Die lassen im Winter die Blätter fallen. Dann rauscht der Regen durch. Regen, wie du schon gesagt hast, durch. Das ist das. Da wird ja das Grundwasser aufgefüllt. Hauptsächlich im Winter rutscht durch in den Boden, kann durchsikern, während aber Kiefer zum Großteil in der Krone hängen bleibt und direkt wieder verdunstet. Und dann ist der weg. Also, ja, wieder ganz einfach. Die Wissenschaftler sind so doof, dass die das nicht gesehen haben. Unter Buche steigt in Mecklenburg-Vorpommern der Grundwasserspiegel. Das ist eine Sensation. Ich konnte das nicht recherchieren. Was ich gefunden habe, ist, dass der Grundwasserspiegel fällt. Aber, naja, okay. Vielleicht bin ich auch einfach ein zu doofer Wissenschaftler, der das nicht begreift. Das ist mal eine ganz steile Hypothese von Wohlleben. Wenn das wirklich so einfach wäre, dann wäre eins der schlimmsten Probleme, an der die Wissenschaft arbeitet, ja ganz einfach zu lösen. Man müsste quasi einfach nur ein Buchenhain pflanzen um die Quellen und dann wäre das ganze Bewässerungsproblem schon gelöst. Ich habe aber tatsächlich auch ein Verbundforschungsprojekt gefunden, was sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigt. Die Grundwasserneubildung unter verschiedenen Baumarten. Das ist aber noch ein laufendes Projekt, das noch in Bearbeitung ist. Ich habe den Projektleiter über E-Mail kontaktiert. Ich habe aber jetzt auf die Schnelle noch keine Antwort. Aber falls es da was zu berichten gibt, werde ich euch natürlich gerne informieren. Diese Interzeption, die Wohlleben anspricht, spielt natürlich eine Rolle, dass der Regen von den Blättern und Nadeln schneller wieder verdunstet. Aber gerade im Winter ist die Verdunstungsrate ja nicht so hoch, wenn wir kühlere Temperaturen haben. Und der Regen fehlt vor allem im Sommer und nicht im Winter. Und eine Buche, die wurzelt ja auch deutlich tiefer als zum Beispiel eine Fichte. Also die Fichte kann gar nicht so tief das Grundwasser wieder entnehmen. Und das mit dem Grundwasser ist einfach hydrogeologisch viel komplizierter. Das hängt natürlich auch an den Gesteinschichten. Ist das jetzt ein sandiger Standort, der sich stärker erwärmt oder ein toniger Standort, der mehr Wasser halten kann? Und natürlich morphologisch spielt da ganz viel rein. Also es ist beileibe nicht so einfach. Die Kultur, die oben drauf steht, spielt natürlich auch eine Rolle. Das ist ein Baustein von vieler, aber sicher nicht der einzige entscheidende. Dann geht es weiter mit dem Waldbrand in Kanada. Und da wieder eine Behauptung, da kann man sich eigentlich nur an den Kopf greifen. Peter Wohlleben behauptet, Zitat, Ich war tatsächlich so blöd und habe versucht zu recherchieren, ob die kanadische Regierung Laubholzbäume generell verpietet und diese sogar totspritzen lässt. Das ist so irrwitzig. Was ich gelernt habe, dass Kanada, die haben ein Laubbaumblatt, das Ahornblatt sogar auf ihrer Flagge. Und die sind der weltgrößte Lieferant für Ahornsirup. Und ich habe nichts, aber auch gar nichts gefunden, dass in Kanada die Regierung verbietet, Laubholzbäume totzuspritzen. Also das ist wirklich eine Behauptung. Das kann natürlich in dem Moment, wenn er das in einer Talkshow sagt, erstmal niemand nachvollziehen. Vielleicht hat er da in seiner Information, er prallt ja auch damit, dass er gerade auf einer Vortagsreise in den USA und Kanada war und das gesehen hat. Aber so einen kann man doch nicht als angeblichen Wissenschaftler da in einer Talkshow im Fernsehen abends hinsetzen. Und der darf da einfach solche Dinge verbreiten, die ohne Hand und Fuß sind, ohne irgendwelche Belege. Also da würde ich mir echt mal einen Faktencheck wünschen, den die ARD da selbst mal durchführt. Es ging dann noch ein bisschen weiter mit dem Försterbashing durch Peter Wohlleben. Und geendet hat es dann aber mit einer schönen Aussage, dass man die Städte ein wenig abkühlen könnte, wenn wir mehr Grün und mehr Bäume in unseren Städten hätten. Und das finde ich auch richtig super. Das kann tatsächlich helfen, auch Dachbegrünung oder Fassadenbegrünung oder tatsächlich mehr Bäume, wo vorher keine waren mehr Schatten. Natürlich kühlt das eine Stadt ab. Was ich dann wieder bemerkenswert finde, dass Peter Wohlleben behauptet, also der muss wirklich irgendwie ganz schön selbstherrlich und selbstverliebt sein. Er hätte das selbst in Köln ausprobiert. Eine Straße mit ganz vielen Bäumen und eine Straße ohne Bäume und die Straße mit Bäumen wäre 20 Grad kühler gewesen. Da frage ich mich, wie will Peter Wohlleben das selbst gemacht haben in Köln? Hatte er zwei Straßen für ein Projekt gewonnen vor 40, 50 Jahren und in einer Bäume gepflanzt und in der anderen nicht? Das ist doch Schwachsinn. Natürlich kann jeder hingehen und sich eine Straße suchen, wo eine Baumallee steht, mit einem Thermometer die Temperatur messen und dann geht man eine Straße weiter oder auf den Betonplatz. Natürlich ist es da heißer. Das ist doch überhaupt keine Frage. Jedem klar. Aber das ist doch nicht er, der das dann da durchgeführt hat. Also bitte. Nun gut. Also ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich hoffe auch, ihr bleibt in den Kommentaren halbwegs sachlich und argumentativ. Wenn das weit unter die Gürtellinie geht, in irgendeine Richtung gegen mich oder auch gegen Peter Wohlleben, dann muss ich da eingreifend tätig werden. Aber ihr könnt natürlich gerne argumentieren. Ja, es passiert ab und an, dass das Google oder YouTube auch selbst mit irgendeinem Algorithmus mal einen Kommentar nicht zulässt. Das liegt da nicht in meinem Spielraum. Generell erlaube ich erstmal alle Kommentare und auch Links in den Kommentaren. Aber ich habe schon gesehen, dass das nicht alles durchkommt. Das tut mir leid. Da kann ich aber jetzt so nichts dran ändern. So, ich hoffe, meine Einordnung zu diesen Aussagen von Peter Wohlleben hat euch gefallen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Dr. Bene. Ich habe es geschafft. Es ging, oder? Also, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Dr. Bene mit den Eseln. Wir sehen uns im nächsten Video.